was haben wir hier hallo zusammen also wir haben hier heute einen smart von 98 99 keine ahnung irgendwie sowas und er qualmt es könnte sein dass der turbo kaputt ist ich müsste mal ein paar sachen auseinandernehmen und deswegen bauen wir den turbo heute aus und bauen den anderen ein was ich bereits gemacht habe ist die schürze hinten abgebaut den träger also hinten diesen träger abgebaut und das war's jetzt bin ich dabei dieses rohr hier abzumachen beziehungsweise dann die verkabelung zu lösen die ganze schelle zu lösen und dann löse ich den turbo boah ist das ding hier hart voll verhärtet ja erdspiel und wie wasser ablassen wasserleitung schon abmontiert das ist hier hier oben habe ich schon gelöst jetzt bin ich dem krümmer am abschrauben wir haben noch ein problemchen verkrümmel auch ist auch hier geplatzt drüber ist jetzt raus sieht ziemlich zusammengebaut aus oder ja ich bin auch fertig geworden ich habe das alles jetzt zusammengebaut und wir gucken mal wie es funktioniert coole lampe auf dem kopf ja ja Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.